Ich bin nicht Jude, Protestant oder Christ und schon gar nicht die Schwammis. Die haben alle Scheiße an den Hacken, da sie meist nur bei Papa kacken. So war es seit langem auf der Welt, dann kam noch dazu das dreckige Geld. Zuvor haben alle die Halle der Zeit beraubt, fast alle wurden stumm, blind und taub. Mann zum Tun, Frauen nun auch. Kinderschule, Leben, Arbeitsverlauf. Nach dem Tode, dem Himmel oder Frauen, nun die Masken langsam verdauen. Nächstes Baby wartet schon, fragt, was war da los mit dem Thron. Mann zum Tun, Frauen, nun auch. Kinderschule, Leben, Arbeitsmissbrauch.